Musik Hey Freunde, herzlich willkommen zurück bei ARK Playstation 4 Ja, ich habe meine Bude von letzter Folge mal ein bisschen vollendet Also in eine Richtung und sowas habe ich schon ein bisschen was gemacht Ich habe mein Bett, falls ich verrecke, dass ich wieder spawnen kann Ich habe auch schon wieder ein bisschen Essen drin Nämlich immer ein bisschen was raus, weil ich muss mir ein bisschen Eisen besorgen Und ich habe schon geguckt, ihr habt geschrieben, dass die Dinosaurier, also wenn man die hochlädt, nur 24 Stunden halt in dem Zwischenspeicher sind Ich habe geguckt, mein Flauschi ist noch drin, also das ist schon über 24 Stunden, aber er ist noch drin Ich will mir jetzt ein bisschen Eisen besorgen, dass ich mir eine Werkbank machen kann Und, ähm, halt später auch noch den Sattel für mein, für Flauschi Und, dass wir halt mal ein bisschen rumflattern können Ähm, das Problem ist, ich weiß, ich sage es heute, zu oft, ähm, heute Aber, da hinten ist es echt nicht gesund Ich habe schon mal lang geguckt, da, hm, da sind ein paar Fleischfresser unterwegs Aber, ja, ich laufe fast noch rein hier Gut, ich glaube, wir können mit umgehen, solange wir den Bogen haben Und, ich gucke mal Was ist denn jetzt los hier? Mann, du! Ne, wechsel die Waffe jetzt Na, komm her Oh, ich berichte der Kämpfer Oh Gott Mann, jetzt ist das Ding auch noch kaputt gegangen Ey, ich habe heute echt kein Glück Mal sehen, was als nächstes kommt Aber, na gut, wenn ich verrecke, dann ist das halt so Wir sind ja nah dran Und Wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Eisen Ich muss mir erstmal mein Werkzeug mit dem Eisen machen Ein kleines bisschen habe ich schon, aber nicht wirklich viel So, hier komme ich wieder nicht drüber Weil ich zu fett dazu bin Muss bloß mal gucken Ich habe, wir haben in letzter Folge gesehen, dass da oben noch ein T-Rex auf mich wartet Den will ich jetzt nicht in die Arm rennen Ich habe da vorne einen Kano gesehen Und noch ein Säbelzahntiger Also, die Chancen stehen nicht gut Dass wir das hier irgendwie überstehen können Kein Rex da Komm, wir gehen mal noch ein kleines Stück Den Vogel, den hole ich mir irgendwann Das sind ja komische Dreisitzer Ich weiß Ja, der Name ist da, da, da Ich merke mir das nie, Freunde Ich kann mir das nicht merken Weil es einfach nur zu viele Dinosaurier hier gibt Oh Gott So Da ist Eisen Man kann bloß nicht drüber gucken Das ist immer Das ist aber auch schön, ne Okay, hier haben wir nämlich ganz viel Eisen Den brauche ich nicht immer So weit Latschen Ey, ist aber auch geil Oder? Ist noch eine kleine Wasserstelle Da vorne haben wir Kristall Aber wir sind jetzt erstmal hier Um Eisen zu farmen Ich hoffe, dass ich ein bisschen was rauskriege Und ihr habt mir geschrieben, dass Ähm Ich sehe es jetzt gar nicht Da oben auf dem einen Berg Wo ich gesagt habe, dass ich darauf wollte Dass das nur Deko ist Danke für den Tipp Ich werde irgendwann versucht hinzuwurschteln So Hünftmetall Sechsmetall Jetzt kriege ich wieder nur Steine raus Guck, er hier angewackelt Mann, ich habe mir jetzt schon Sorgen gemacht Oh, jetzt kriege ich wieder nur Steine raus Hallo Ich will keinen Stein Das Leben bestraft mich schon wieder Ich weiß, ich bräuchte vielleicht, ähm Die Metallspitzhacke Aber die habe ich leider noch nicht Und erstmal muss ich ja sowieso Bevor ich hier von der Hacke rede Erstmal die Werkbank machen Die sollte aber nicht das Problem sein Oder haben wir wieder einen Metall bekommen? Hoho Zwei Wie lange bleibt eigentlich dieses Ding halt? Mann Das Zeit könnte ich auch noch mitnehmen, siehste Ähm Ich will aber dieses Mal Ich bin ja nur eine Woche hier auf The Center Das werde ich dann später auch noch auslosen Wenn ihr sagt Ja, macht das länger da Vielleicht bleibe ich dann auch länger hier Ähm Später, wenn ich den Server habe Wird das sowieso, äh, auf The Center sein Also das, da wird sich nichts dran ändern Weil, äh, die meisten sowieso gemacht haben Ja, das ist The Center, äh, erstmal Viel spektakulärer, weil Es ist nicht nur so viel Flachebene Was brauche ich denn überhaupt noch? Holz Ich hab ein Holz Ähm Ja, hier gibt's halt, äh, durch die ganzen Ecken und so Ein bisschen mehr zu erkunden Und das, äh, da habt ihr auch recht Also ich find's schon Man kann dann hier besser durch die Gegend Nimm mal da vorne Die sehen besser aus In Sachen Eisen, oder? Die leuchten Nicht hier so schön an Ah, der Rex ist weg Anscheinend Oder auch nicht Wir bekommen Sehr viel Stein Wieviel Eisen bekommen wir jetzt noch was draus? Wir haben, wie viel haben wir denn? Elf Die fünf Eisen kann ich mir schenken Was brauche ich eigentlich Für die Werkbank? Muss mal ganz kurz gucken Ihr habt, äh, letzte Folge mal gefragt Äh, wie man dies mit den Ordnern einstellen kann Hier oben Alles anzeigen Also alles zeigen So, äh, wir gucken mal ganz kurz Strukturen, Herstellung Äh, die Werkbank Fünf Metallbahnen Die hätten wir schon fast zusammen Und ein bisschen Holz Das funktioniert Das geht ganz gut Also großteils Wir haben schon alles Aber vielleicht noch ein, zwei Metall mehr Wäre nicht schlecht Drei Fünf Sechs Bist immer auf die gleiche Stelle kloppen Mir gibt's Auge So Ich denke mal Bevor ich jetzt Ewigkeiten nur rumklatsche Das wird reichen Mittagsstunde ist angetreten Man hört den Sound Aber ich finde das Center auch schon geil Gerade da hinten Der, der Redwood Da wo Sari immer rumkraucht Ich dachte das ist ein Quetz Ach, ich freue mich schon Sobald ich mein Quetz habe Weil ich das Eisen noch zusammen gefarmt habe Dann mache ich mal eine ganz große Flugrunde Eine Folge nur rumfliegen Einfach mal alles anschauen Die Höhlen werde ich mir auch noch angucken Und Ihr habt es auch schon geschrieben Wegen den Höhlen nochmal Ich brauche mir jetzt momentan Keine Höhlen suchen Weil die ganzen Artefakte Hinfällig sind Sobald das nächste Update kommt Weil am 14. oder 15. Wird das neue Tech-Tier Update Bei Sony eingereicht Kann dann also sein Es ist zwei Tage später Dann auch auf unseren Konsolen erscheint Also es kommt da raus Was am 14. oder 15. Aber dann wird es erstmal bei Sony eingereicht Da gibt es eine Sicherungsprüfung Und es kann dann vielleicht manchmal zwei Tage länger dauern Wenn es dann rauskommt Ja Dann haben die Bosse Die es dann gibt auch zwei verschiedene Schwierigkeitsgrade Was ich natürlich auch ganz geil Ich muss den Ofen noch bauen Freunde Das fällt mir jetzt erst auf Und ich habe von den Steinen weggeschmissen Und Leder brauchen wir Man, ihr habt mich jetzt auch nicht dran erinnert So, Leder Da lag doch vorhin was rum Scheiße, der ist jetzt aufweckt, ne? Ah Der Ärger Wo redet denn hier Leder rum? Leder Jetzt, wo man so eine kleine Kackbieste braucht Sind sie nicht da Großes Leder Ist das da hinten? Ganz klar, ihr kennt von hier Ja, bringt mir alles Ich guck mal runter am Strand Da rennen sowieso die ganzen Biester mal rum Die ganz kleineren Biester Darf mich hier bloß nicht verlaufen Sonst finde ich Nein, nehme mir zurück Kommt her Vielleicht haben wir ein paar Dodos unten Oder ein Kano da vorne Klar, warum nicht? Ey Achso Vergessen Alter, wie viel steckt in so einem Dodo Ob der Kano abnippelt? Wenn der Kano durch die beiden Schildkröten da unten stirbt Dann haben wir ganz viel Leder Oh Gott Der hätte jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt Ich geh mal da vorne rüber Der kann nämlich auch ganz unangenehm werden Komm, bringt den um, bitte So ein paar kleine Von den Arschgeigen Die haben den Kano gekillt Geil, Freunde Das gibt Leder für uns Das gibt Leder Jetzt laufen wir aber nicht genau davor Siehste? So ein Glück kann man haben Im Inventar Der nischt leider Da muss man gleich ein bisschen Leder raushalten Man So viel Leder wollte ich eigentlich heute nicht sammeln Ach komm Warte, ich hab hier noch gar nicht getan Du Arschkrampe Mann, das ist meins Geh weg Meine Was wollt ihr denn? Oh, ich geh weg hier Dann lasst mich doch alle in Frieden, ey Mann, die haben aber ein Schwein gehabt Dass die noch den angegriffen haben Gut, Leder haben wir Wot bist denn du? Oh Gott Ähm Alter, du machst ganz schön Schaden Hau ab Ja, jetzt sind das zwei Blöden Arschgeigen Der sah so lieb aus Aber auf einmal waren es zwei Wäre es einer gewesen Wäre es ja nicht so schlimm gewesen Jetzt muss ich erstmal das Zeug wiederfinden Ich cutte das mal ganz kurz So, Freunde Da vorne ist meine Rödel Ich hoffe nicht, dass der Idiot jetzt wiederkommt Ich laufe jetzt einfach mal weiter Gut Oh, haben wir das wieder Muss jetzt bloß mal Schnell was bauen Ich glaube meine Rüstung Die haben sie ein bisschen zerdonnert Die Arschgeigen Ich gucke mal an es kurz Äh, da, 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 da Können wir aber reparieren Ist nicht so schlimm Zack Und zack So, sind wir angezogen Ähm Was wollten wir nochmal herstellen Ich stehe jetzt Ich weiß, ich stehe schon wieder Total günstig hier Strukturen Herstellen Gut Äh, lalalala Hier fehlt nur ein bisschen Holz Das kriegen wir schnell zusammen Das können wir auch oben gleich Vor der Bude machen Ich muss mich sowieso Ich muss mich sowieso Ähm Da vorne mal Ein bisschen Die Sicht frei machen Also ein paar Bäume weg Äh Lala So Kommst du immer noch hinterher? Nee, ne? Gut Hat er aufgegeben Hat mitgekriegt Wer hier der Babbo ist So Ähm Jetzt rennen auch schon hier Dodo's rum Das ist gut Ich mache auch was komische Räuche Manchmal So Ich habe immer noch Ein Kloß im Hals Äh Gucken wir uns was Wie viele wir brauchen Lalalala Genau Die müssen wir uns zuerst machen Weil wir erstmal Ein bisschen Eisen schmelzen müssen Wovor hat denn eh jetzt Schiss gehabt? Dodo Zucht wäre auch nicht schlecht Kann man mal machen Übrigens Wo ich von Dodo Zucht spreche Ihr könnt jetzt mal Ähm Oben links im Video Äh Erklärt euch der Sari Wie ihr Eier ausbrütet Und wie ihr Ähm Ja wie ihr Halt Kleine Dino Chins machen könnt Habe ich mal oben verlinkt Könnt ihr euch mal angucken Ist recht interessant Hat mir auch schon eine schaut Äh Wo mache ich jetzt den Ofen hin? Kommst du jetzt hier wieder so eine Ecke? Ne Da könnte ich die Werkbank hin klatschen Dann mache ich dich Hierhin Genau Ofen Den wir feuern mal ganz kurz Nämlich Äh Das restliche Holz erstmal Ich hole mein Holz Weiß ich wiederhole das immer wieder Und ich werde es auch immer wieder wiederholen Ähm Was brauchen wir jetzt eigentlich noch? Die Werkbank Da brauchen wir ja die 5 Metallbahnen Stein und Holz Das ist aber auch nicht das Problem Das kriegen wir auch schnell zusammen Und dann können wir zumindest mal besseres Werkzeug machen Weil das ist ja hier Das ist ja ekelhaft Mh Ein bisschen Holz Ich hoffe jetzt nicht dass hier Wieder ein Haufen große Dinos Ist vorne Ich weiß aber auch richtig wo der Rex Äh Von gestern hinten ist Der war auf einen Schlag einfach nur verschwunden Und ich sollte mir vielleicht irgendwann mal eine Angel besorgen So jetzt hören wir noch ein bisschen Stein ran Machen wir noch was Da vorne ist sie noch Ich hab sie gesagt Immer mit der Axt Immer mit der Axt Steine abbauen Da kriegst du zumindest mehr Stein raus Statt äh Feuerstein Also ich hab noch nie probiert Mit einer Axt auf den Stein zu kloppen Mit einer Spitzhacke Ja schon Aber noch nie mit einer Axt Ich meine mit einer Axt aus Stein Vorne dran Was sowieso echt kurios ist Ähm Ich steh gerade am Wasser Ich merk's Ich merk's Mh Lalalalala Gut Haben alles zusammen Bis auf die Metallbahn Essen brauche ich ja nichts Ey Wenn der Hunger knapp wird Ne Dann brauchst du einfach nur sterben Danach ist es wieder voll Und du hast nichts zu Dein Essen nicht verbraucht Ist auch noch keiner drauf gekommen Zumindest wenn du zu Hause stirbst Ist dir sowieso egal So Hier haben wir schon vier Das ist gut Ähm Nimm mir Ich brauch noch einen Bitte Wieder einen noch Fünf Wunderbar Werkbank Herstellen bitte Das geht immer so schön schnell Wenn du schon die Level dafür hast So So Oh Gott Wo mach ich dich denn am besten hin hier Am besten so dass du Dass du gar nicht mal raus und rein kommst hier Aber wenn die Tür auf Tür geht nach außen auf das ist gut Gut Jetzt kann ich nämlich mein ganzes Material Schon mal da reinschmeißen Ach Stimme verlässt mich immer wieder Keine Ahnung was heute los ist So Noch ein bisschen Holz Wie viel brauchen wir denn eigentlich noch mal Für Den Sattel Na gut Den großen Quetzsattel Fangen wir jetzt gar nicht an Oh Gott Stimmt Dann brauch ich ja noch Zement Das krieg ich schon irgendwie ran Ich muss hier bloß irgendwie ein paar Biber ranbekommen Die hier vorne nisten Die waren eigentlich zum Anfang hier Aber dann Waren sie Auf einmal weg Und sie sind nicht wieder gekommen Was recht schade ist Weil sonst Bei der Island Da haben wir Da hab ich ja eine Biber Plage Die sind ja jede Folge immer wieder da Musste ich mich mal in der Umgebung noch umgucken So vielleicht irgendwo was geiles noch finden Gut Aber wir können Entschuldigung Aber wir können jetzt Äh Unsere anderen Dinge machen Warte mal Gucken wir uns kurz Primitiv Na Kapp Waffen Das Ding brauch ich noch nicht Wo waren das noch mal Achso Ich muss ja da reinpacken Warte Haben wir Einmal herstellen bitte Dafür brauchen wir acht Vier haben wir noch Vier Stück brauche ich noch Dann geht das auch Das wird knapp Aber es funktioniert Aber wir können ja In der Zeit wo das hier Wie soll ich sagen Wo das noch mal Vor sich hin schmiedet Gehen wir noch mal ein kleines bisschen Eisen holen Heute wieder so eine Farmingdale Folge Muss aber auch sein Sonst sagt ihr Ja der cheatet Das wird mir so oft nachgesagt Dass ich cheate Dass ich auch jetzt einfach mal In den Aufnahmen machen muss Tut mir leid Tut mir leid für die Die mehr Action Teil sehen wollen So ich hätte vielleicht auch mal Das Fleisch reinpacken können Da hätten wir ein bisschen was zu futtern gehabt Warum ist es denn heute so kalt Du hast doch alles an Gut ich könnte mir vielleicht mal Andere Kleidung machen Hätte ich mehr Metall Würde ich jetzt machen Da lang Pass auf Wenn jetzt ist ein Rex da Ne Nix da Alles ruhig Luft ist rein Ich freue mich aber schon auf die Diese großen Höhen Die es hier gibt Gerade wenn Nochmal wenn ich darauf zurückkomme Wenn später das Server steht Dauert noch ein kleines bisschen Nächste Woche soll das erst alles kommen Äh wenn er denn steht War das richtig fetzig Gerade mir in der Ähm Ich habe jetzt schon die Leute angeschrieben Die gespendet haben Guckt mal bitte noch in euer E-Mail Fach Weil manche haben mir noch nicht geantwortet Ich habe euch eine E-Mail geschickt Guckt rein Auf Twitter habe ich ja Stets schon den Großteil rausgesucht Also wir sind jetzt schon Fast 50 Leute insgesamt Ich habe es oft genug gesagt Auf Twitter Ich mache das auch so Weil das kann man besser koordinieren In den Kommentaren Wäre das eine Katastrophe So Es sind dann noch ein paar Plätze frei Das machen wir dann auch über Twitter Gucken wir wie wir die Restlichen Leute rankriegen Aber erstmal will ich es mit den Leuten testen Die gestern Die ich bei Twitter da rausgezogen habe Die testen wir das eine Weile Und die sind ja nicht immer alle permanent online Deswegen sind da eigentlich bestimmt noch genug Plätze frei Ich denke mal Es ist ja 50 Mann kann ich hosten Zum Beispiel ein bisschen lauter sprechen 50 Mann kann ich hosten Aber ich denke da ja nicht immer alle gleichzeitig online sind Ich denke ich mal mit 100 Personen müsste das eigentlich glatt gehen Außer am Wochenende Da wird es dann ein bisschen kritisch Weil am Wochenende Die ist halt so Die Mochenende haben die meisten Zeit Und dann wird das den Knacken voll sein Und dann geht das Gejammer los Ich komme nicht drauf Ich komme nicht drauf Das schreiben sie dann alle mir Wenn es nicht geht Dann geht es nicht Gut Warten wir nochmal runter Eisen haben wir jetzt wieder ordentlich Können wir auch mal in die Kommentare ballern Ob ich Auch zwischen den Folgen Mal ein bisschen Eisen fahren kann Dass Ich nicht hier immer Die ganze Zeit immer hoch runter Hoch runter Hoch runter Hoch runter Ist nicht gesund hier Aber es regnet ganz schön oft hier Bei diesem Center Ist mir schon mal so aufgefallen Also gestern wo ich die Aufnahme beendet habe Hat es angefangen mit Regnen Jetzt kurz vor Ende der Folge Da regnet es auch wieder Obwohl ich es geil finde Ich liebe Fliegender Baum Ich liebe Gewitter Allgemein in echt Und auch natürlich In Spielen Wenn sie es gut anhört Also Da muss der Sound mitspielen Spielen Spiele mit Sound Und Ich habe es ein Glück bei euch schon leiser gestellt So Das hätten wir Ich mache jetzt ein Folgenpäuschen Wir sehen uns dann Morgen im nächsten Video wieder Und Ich hoffe ihr da ein bisschen Spaß Bis denne Haut rein Macht's gut Ciao I Auch war tot